Helmut Sandmann ist ein ehemaliger Spieler des Hamburger SV, der es in den Jahren 1965 bis 1973 in der Fußball-Bundesliga zu 195 Einsätzen mit zwei Toren gebracht hat. Laufbahn In der Jugendabteilung des Wandsbeker FC durchlief der Schüler Helmut Sandmann sämtliche Altersklassen. Die sportliche Entwicklung gipfelte im Jahre 1963 im Einsatz in der UEFA-Jugendauswahl des DFB. Fünf Länderspiele wurden ausgetragen, in allen Begegnungen war der schnelle Mann am rechten Flügel aus Wandsbeck für Deutschland im Einsatz. Die Flügelzange bildeten Sandmann und Günther Netzer vom 1. FC Mönchengladbach. Zuerst standen zwei Qualifikationsspiele gegen Österreich im Frühjahr 1963 auf dem Programm, dann das UEFA-Turnier im April in England. Klaus Zatschik vom VfL Marburg, ab 1969 Mannschaftskamerad beim HSV, hatte die Verbinderrolle auf halbrechts inne. Zur Saison 1963-64. schloss sich der Nachwuchsspieler der Amateurabteilung des Hamburger SV an. In den folgenden zwei Runden bei den HSV-Amateuren wurde er 1964 und 1965 zu sechs Spielen in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Amateure berufen. Seinen Einstand hatte er am 2. Mai 1964 in Bamberg beim Spiel gegen Frankreich. Zusammen mit Bernd Dörfel bildete er dabei den rechten Flügel. Sein letzter Einsatz im Team der DFB-Amateure datiert am 2. Juni 1965 beim 4-2-Erfolg in Winschoten gegen Holland. Zur Runde 1965-66. unterschrieb er zusammen mit seinen Mannschaftskameraden Rolf Schwartau und Dieter Strauß einen Lizenzvertrag beim HSV und rückte damit in den Bundesliga-Kader auf. Debutiert hatte er dort bereits am 18. März 1964 noch als Amateur im Europa-Cup-Spiel bei Olympique Lyon. Bundesliga beim Hamburger SV 1965 bis 1973 am 10. Spieltag der Runde 1965-66. am 23. Oktober 1965. brachte ihn der damalige HSV-Trainer Georg Gavlicek erstmals zum Einsatz. Er spielte bei der 0-5-Niederlage beim 1. FC Nürnberg am rechten Flügel. Das Debüt mit seinem langjährigen Verteidigerpartner Jürgen Kurpion fand mit Beginn der Rückrunde beim Heimspiel am 9. Januar 1966 gegen Borussia Neunkirchen statt. In seiner ersten Saison in der Bundesliga absolvierte er 18 Spiele für den HSV. Von Beginn der zweiten Saison gehörte er der Stammformation an. Im DFB-Pokal setzte sich die Mannschaft gegen Altona 93, 1. FC Köln, Offenbacher Kickers und im Halbfinale gegen Alemannia Aachen durch und zog somit in das Finale am 10. Juni 1967 in Stuttgart gegen den FC Bayern München ein. Dem Bayern-Sturm mit Navziger, Ohlhauser, Gerd Müller, Kuhlmann und Brenninger waren die Hamburger aber nicht gewachsen und verloren klar mit 0 zu 4 Toren. Durch den vorherigen Erfolg der Münchner am 31. Mai 1967 in Nürnberg gegen Glasgow Rangers im Finale des Europacup war der HSV aber trotz der Niederlage für den EC-Wettbewerb der Runde 1967 68 still qualifiziert. Über Randers Freya, Wiesler Krakau und Olympikion spielten sich die Mannen um Helmut Sandmann im Europacup der Pokalsieger 1968 in das Halbfinale gegen Kadiff City. Im Heimspiel gegen die Walliser zeichnete sich der Verteidiger am 24. April vor 64.000 Zuschauern durch den 1 zu 1 Ausgleichstreffer aus. Franz Josef Hönig erzielte in der 91. Spielminute im Rückspiel den Siegtreffer zum 3 zu 2 Auswärtserfolg. Finalgegner war am 23. Mai in Rotterdam der AC Meiland, der im Halbfinale den Titelverteidiger Bayern München ausgeschaltet hatte. Trainer Nereo Rocco führte die Orsnerie zu einem verdienten 2 zu 0 Finalerfolg gegen den Hamburger SV. Für Sandmann war die Runde aber noch nicht zu Ende. Der DFB setzte ihn beim Länderspiel der Junioren-Nationalmannschaft U11 Uhr abends 3. Juni 1968 in Kassel gegen England in der Verteidigung ein. In der Bundesliga kam der Verteidiger letztmals am 5. Mai 1973 beim Spiel gegen Werder Bremen als Einwechselspieler zum Einsatz. Zur Runde 1973-74 wechselte Sandmannzubu in die Regionalliga Nord. Die Blau-Gelben kamen am Rundenende auf dem 5. Tabellenplatz ein und der Neuzugang vom HSV hatte dabei 35 von 36 Verbandsspiele bestritten. Die Abwehr hatte nur 38 Treffer zugelassen, die Offensive aber auch nur 48 Tore erzielt. Dadurch konnte eine noch bessere Platzierung nicht erreicht werden. Die Aufnahme in die neue 2. Bundesliga Nord zur Runde 1974-75 war aber klar. Den sofortigen Abstieg konnte auch Sandmann durch seine Leistung in 36 Spielen nicht verhindern. Damit endete die hörklassige Laufbahn des ehemaligen Jugendnationalspielers. TSV Wandsbek-Yenfeld-V. Seit August 1996 spielt Helmut Sandmann noch aus purem Spaß am Fußball und der Geselligkeit in der Super-Senioren-Mannschaft des TSV Wandsbek-Yenfeld in Hamburg. Als Abwehrchef kann er hier bei den Oldies seine Erfahrungen und sein Können einbringen. Auch in der HSV Altliga ist Helmut Sandmann noch regelmäßig aktiv.